hallo meine lieben und herzlich willkommen zurück zu in zeit ja ich habe versucht getan gemacht irgendwie sie geht nicht an den haken ich mache das jetzt ganz einfach ich versuche jetzt erst mal was ganz blödes und zwar mein problem ist ja dass sie hier unten drunter unter der plattform schon hockt wenn sie jetzt aber sieht dass ich hier bin dann wartet sie doch bestimmt hier genau dann wartet sie da denn ich war ja jetzt wieder zurück sie weiß ja gar nicht wohin ich fahre unser mädel ist hier ein bisschen dumm ich weiß nicht ob das und wir versuchen jetzt ganz schnell darunter zu schwimmen das war gerade dramatik pur oh gott das war das wegen der luft anhalten hier so ja sorry das war total ich möchte die alte jetzt echt nicht mehr sehen wirklich ich habe doch gesagt ich will die nicht mehr sehen wieso ist die schon wieder da toll da sieht sie natürlich wo wir dann kommen ja super der war gut von mir oder Ich wusste nicht wo lang Warte mal Nach oben Wieder nach oben Locken Genau locken Wir müssen sie locken Pass auf nach unten nach oben wow 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 Alter war das knapp so das Tor ist nach oben gefahren so sie ist da es darf nichts schief gehen ich bin am schwitzen wie sauer los geht's fuck oh jetzt nicht ersaufen ey dat wär's jetzt noch was ähm hallo ach so aber wie kann sie schon wieder da sein ich versteh das nicht sie hat die doch ausgesperrt oh Mama ahhh nein was machst du da nein lass mich los lass mich doch einfach los bitte wieso lässt sie mich nicht los ich ertrinke ich ertrinke mein Gott ich hasse sein ich ertrinke was tut sie ich bin tot küsst sie uns gerade küsst sie uns gerade was geht hier ab was geht hier ab was ist hier los ich versteh das nicht selbst sie hat kein bock mehr so weit nach unten zu schwimmen ich kann mich nicht bewegen ich kann überhaupt nichts machen ich weiß nicht was da gerade los ist was wollen denn die fische von uns Gott was ist das denn da für ein Vieh ich ertrinke ich ertrinke ich ertrinke irgendwie nicht was was soll ich wieder nach oben ich weiß nicht was ich tun soll schon mal einfach wieder nach oben aber da ist sie nein da muss ich hin oh mein Gott die alte ey weißt du will keiner mit ihr spielen oder ich krieg das da nicht auf auch wenn das so aussieht ich weiß nicht warum wir jetzt auf einmal unter Wasser atmen können ich meine die fische die begleiten uns aber warum können wir unter Wasser atmen oh Gott hier sind überall solche Viecher also diese The Ring Viecher ah das ist nicht politisch wie heißt das politisch korrekt was ich da sage fuck wer ist denn das da in dem oh mein Gott Subjekt 3 Paras und schon wieder habe ich so ein dröhnen in den Ohren wieso habe ich ein ungutes Gefühl wieso steht da 3 ich habe gerade eine 3 gesehen ich fand das nicht gut mit der 3 okay nach oben kann man nicht schwimmen oh ich mag nicht worauf das jetzt hier alles so hinausläuft ey war das falsch meine Fische draußen zu lassen ich wollte mich gerade da festhalten okay mit Fische jetzt ich halte mich hier jetzt fest nein 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 noch mal scheiße ich habe zu früh losgelassen oh bitte 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 ich halte mich wo alter wie knapp war das denn bitte ach da liegt was totes im Wasser einfach nicht gucken einfach nicht beachten nur hoffen dass es tot bleibt ach noch mehr einfach hoffen dass sie tot bleiben einfach hoffen lass mich raten wir dürfen nicht das Licht berühren alles was das Licht berührt Simba ist unser Königreich aber der war so schnell der Lichtstrahl meine ich der war so irre schnell ne ich habe gar keine Zeit so schnell zu handeln guck mal hier da ich habe keine keine das geht gar nicht wieso hä da he da he da he ich schwörs nicht ich schaffe das nicht ich schaffe das nicht ich schaffe nicht es hin und wieder zurück schaffe ich nicht ach ach aber wenn der da hinten ist vielleicht ja klar logisch ok ok zurück 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 ok 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 ich weiß nicht wo das anfängt hier der Schatten wo fängt der Schatten an aber da wo ist der Schatten 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 wird langsam etwas knapper da schatten so schatten 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 bitte wo ist der Schatten nicht einfach so berechnen ich kann so was nicht berechnen berechnet man sowas überhaupt Ich habe keine Ahnung. So, jetzt aber, ne? Okay, nein. Wir müssen den ganz nach unten kriegen. Das ist mir jetzt ein bisschen zu weit. Das Licht kommt jetzt schon wieder. Das ist ja... Nein! 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 Nein, zurück! Ah, du dumme Kuh, ey. Also ich meine mich damit. Oh! naja auch bitte jetzt nicht wieder hier ne prinzessin Hallo? Achso, ich muss nach unten. Sag das doch. Hä? Ich kann ihn nach unten. Hä? Vollkommen verwirrt. Ah, sag das doch. Nicht stolpern, junger Mann. Oh, fuck. Bin ich jetzt echt da reingefallen? Das ist jetzt nicht wahr, oder? Jetzt habe ich die Klappe zugemacht. Und? Was bedeutet das jetzt? Ich kriege Angst? Oh Gott. Ernsthaft? Ah! Ah! Okay. Im Sinn nicht verstanden, aber naja. Vielleicht muss ich ja gleich wieder nach oben. Ich habe die Klappe ja jetzt geschlossen. Ne? Aber springen hätte man nicht gekonnt. Gucken wir jetzt hier unten. Ah ja. Wirkt unheimlich gerade. Warum wirkt dieses Scheiß immer so unheimlich? Verstehe ich nicht? Ah. Ah. Ah! 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 Runter! Du musst sie wegschubsen, glaube ich. Ja. Ich denke so. Hm. Oh, wartet mal. Ich vollhorst habe vergessen, das Fenster bei mir zuzumachen. Und ich frage mich die ganze Zeit, warum das hier so kühl ist. Wie soll ich das da hochkriegen? Kann mir das mal einer erklären? Das geht doch nicht. Ich weiß nicht, was ich mit dem Ding machen soll. Ich habe keine Ahnung. Ich bin komplett überfragt. Ich weiß es nicht. Ich habe es auf jeden Fall befreit, aber... Ich konnte das ja nirgendwo hin mitnehmen. Nach oben die Treppe raubten ja sowieso nicht. Ach, guck mal. Da oben ist Wasser? Laufen wir gerade an der Decke? Toll, hier ist eine Wand. Hä? Oh Mann. Was soll ich denn hier... Schwimmt da oben etwa wieder unsere Freundin? Hä? Bin ich komplett überfragt? Den habe ich zugemacht. Den habe ich zugemacht, so. Da passiert nichts. Da muss aber doch was passieren. Nein. Jetzt leg mal hier einen Gang zu. Der ist total armarschig gerade. So, wir schwimmen hier rum. Hier haben wir nichts. So, hier mit dem Knopf Konnten wir das Dingens zumachen. Die Luke. Was das bedeutet, weiß ich nicht. Vielleicht öffnet sie ja hier irgendwie was anderes. So, jetzt haben wir hier diese Kiste. Die wir da aber nicht hochkriegen. Weil, ne? Weil eben. Was machen wir jetzt mit der Kiste? Ich kann ihn nicht benutzen. Oder? Oder? Oh mein Gott, ich bin so schlau. Scheiße. Nicht ernsthaft, oder? Ja, aber wieso kann ich denn die Klappe öffnen? Achso, ja. Der soll jetzt... Na. Entschuldigung, du standst nicht direkt in der Mitte. So geht das. Mhm. Ja, wer kommt denn auch darauf, ne? Also, dass das Ding da so hoch und dann so... Mein Gott, bin ich schlau. Ein bisschen Eigenlob stinkt nie. Mein Gott, ey. Ich staune über mich selbst. Oh, Halla. Wenn ich den Freischwimmer da... So. Und jetzt die beiden auf das Ding? Oder wie soll das jetzt vonstatten gehen hier? Warte mal. Oh. Oh. Ah. Ja, ne? Okay. Oh mein Gott. Oh, der hat überhaupt keinen Kopf mehr. Ist einer wohin? Ich nehme dich nicht. Das sieht da aus wie eine Tür. Was ist das? Ach, jetzt ist es... Batterie? Oh. Einfach mal rein und einfach mal raus. Ich weiß nicht, was das noch großartig mit der Anfangsgeschichte zu tun hat. Wo sie einen gejagt haben und so. Mich interessiert das. Ich würde das gerne wissen. Warum sagt mir irgendetwas, dass wir hier nicht lang gehen sollten? Überall Leute in Käfigen und... Mein Gott. Ah, okay. Wir können eine Kiste bewegen. Ich ziehe sie direkt mal mit. Ich weiß nicht, wofür sie... Wofür sie... Wofür sie... Wofür wir sie brauchen... Wofür wir sie brauchen... Wofür wir sie brauchen... wir haben die kiste wir sind sicher das hier ist einfach nur ein schlecht aufgeräumtes lagerlager halle lagerraum ich wollte lagerfeld sagen aber mehr als knapp ich nehme die mit das ist jetzt meine kiste die geht überall dahin wo ich will okay tut sie doch nicht ja aber ich kann so nicht schwimmen ah guck mal einer an warte mal jetzt ist das wasser ich bin verwirrt okay das jetzt ist wasser alles klar okay was läuft hier falsch ich weiß das die ist jetzt hier drüben ein bisschen weiter schieben so jetzt gehen wir wieder nach unten jetzt machen wir wieder wasser so jetzt machen wir wieder hä warte mal ach nee so geht das ja nicht ich weiß nicht was ich tun soll so die ist jetzt da wo sie hingehört warte mal ne so weit hoch komme ich nicht ja ich weiß nicht was ich da tue ich hab keine ahnung Ja, jetzt kann ich nicht mehr. Gut, das ist mir bewusst, klar. Ich weiß jetzt auch nicht, wie ich das jetzt... Nein, 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 nein. Warte mal. Das muss offen bleiben, das. Ich weiß nicht, wie ich das hinkriegen soll. Na gut, Leute, ich muss eh Schluss machen. Ich sage schon mal tschüss, bis zum nächsten Mal. Oh, no. Oh, no. Oh, no. Oh, no.